Liebe Nachbarn, Freunde und vor allem liebe Sachsen, wir schauen zurück auf ein turbulentes Jahr. Und wir können dabei auch ein bisschen stolz sein auf das Erreichte. Dank des gewaltigen Bürgerprotestes in Sachsen und den umliegenden Gebieten wurde keinem ungeimpften Sachsen von den Behörden seine Berufsausübung untersagt. Auch der fest eingeplante Impfzwang konnte sogar für ganz Deutschland verhindert werden. Das wäre ohne das Drohpotenzial von zigtausenden Spaziergängern anders gelaufen. Das beweist ein Blick in Nachbarländer oder auch Staaten der ganzen Welt. Wir haben sogar bewirkt, dass maßgebliche Spieler jetzt öffentlich zurückrudern, Fehler eingestehen und anfangen von Versöhnung und Vergebung zu sprechen. Dazu sollten wir bereit sein. Allerdings gibt es Voraussetzungen. Vor der Vergebung steht die Reue und die Bereitschaft zu echter Aufarbeitung. Die sofortige Einstellung der Verfolgung aller, die keinem geschadet haben, sondern nur gegen irrwitzige Schikanen aufgestanden sind, wäre ein erster Schritt dazu. Dies verlangen wir von dieser Landesregierung. Wenn aber stattdessen neue Schikanen angedacht und umgesetzt werden, ist das der Beweis, dass es bei diesen Scheingeständnissen nur darum geht, sich von Schuld reinzuwaschen. Das werden wir nicht zulassen. Wir werden insbesondere nicht zulassen, dass für die schrecklichen Folgen ihres Handelns, wie die vielen Impfschäden, nun die vielbeschworene Solidargemeinschaft aufkommen soll. Nein, für die Schäden haftet der Verursacher und nur der Verursacher. Welche Angst die Machthaber vor Menschen haben, die sich ernsthaft mit möglichen grundlegenden Veränderungen beschäftigen, zeigt auch die jüngste willkürliche Verhaftungswelle. Und dass man uns die durchaus sehr auch tiefgreifend denkenden und planenden Menschen dann noch als Putschisten und Gewalttäter vorstellen möchte, zeigt, wie tief auch die Propaganda dieses Systems schon gesunken ist. Was wird uns das neue Jahr bringen? Ich werde jetzt wenig Wohlklingendes von mir geben können, denn die Zerstörung von allem, was unser Land einst groß gemacht hat, wird auch im kommenden Jahr weitergehen, solange wir den derzeitigen Machthabern in Sachsen und Deutschland nicht die Schalthebel aus der Hand nehmen. Auch das, was noch halbwegs gut ist, wird verschlechtert und es fällt schwer, hier keinen Vorsatz zu unterstellen. Und im Gleichschritt mit der Vernichtung unserer Existenzgrundlage werden massenhaft Fremde angesiedelt, von denen man mit hoher Sicherheit sagen kann, dass sie unserem Land so gut wie nichts nützen, aber erheblich Kosten und Schaden werden. Vor unseren Augen vollzieht sich auf diese Weise der Untergang einer der hochstehendsten Zivilisationen, die unsere Erde gesehen hat. Sind wir bei diesem unschönen Schauspiel zum Zuschauen verdammt? Aus meiner Sicht besteht keine realistische Möglichkeit, diesen unheilvollen Lauf vollständig zu stoppen. Wir können aber das tun, was beim Untergang großer Imperien oft erfolgte, uns als überlebensfähiger Teil des bisherigen Gebildes rechtzeitig aus diesem herauslösen. Unser Sachsen kann es nicht nur selber, unser Sachsen kann es selber besser. Ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung in einem freien Sachsen zu verwirklichen, das ist ein Ziel, für das es sich zu arbeiten lohnt. Liebe Freunde, eine Gesellschaft zu verändern gelingt selten von heute auf morgen. Entgegen einem weit verbreiteten Irrtum braucht man dazu aber auch keine Mehrheiten. Was wir allerdings brauchen, ist eine genügend große Anzahl von Menschen, die vor den Veränderungen, die wir anstreben, keine Angst haben. Die haben viele, weil sie sich eine bessere Ordnung schlicht nicht vorstellen können. Unsere gemeinsame Aufgabe im kommenden Jahr besteht darin, unseren Mitmenschen die Idee näher zu bringen, dass es Alternativen zur derzeitigen katastrophalen Entwicklung gibt. Dass ein Leben in Freiheit und Selbstbestimmung allemal besser ist, als das, was uns derzeit übergestülpt wird. Die zweite Aufgabe besteht darin, Gemeinschaften zu bilden, die vom derzeitigen System immer unabhängiger werden. Wenn wir diesen Staat nicht mehr brauchen, fällt es auch leichter, an besseren Modellen zu arbeiten. Lasst uns in diesem Sinne in das neue Jahr gehen für ein selbstbestimmtes Leben in einem freien Sachsen.